Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Fettspielen YouTube Channel. Erstmal eine Entschuldigung, das gestrige Let's Play ist leider kaputt gegangen. Die Aufnahme ist leider verloren gegangen auf unserem PC. Da hat unser Aufnahmeprogramm uns einen kleinen Streich gespielt. Ich hatte schon einige Sachen erledigt, hatte auch ein paar Quests gemacht, ein paar Donuts ausgegeben. Außerdem noch 21 Nachrichten vorgelesen und gelevelt, alles mögliche. Naja, ich kann jetzt nichts daran ändern. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel und wir machen heute einfach weiter im Programm. Erstmal hier natürlich, Lohn für die Arbeit, 12 Stunden, schnappe ich mir die 404 Münzen. Das machen wir hier. Wir nehmen hier die Belohnung, 866 Erfahrung, sehr schön. Bam, nein, dein Job wurde dir angeboten, das mache ich jetzt natürlich nicht erstmal. Aber ich gehe weiter auf mein Team, schaue hier mal ein Fettspielen-Team gegen... Ein Teamkampf war hier, genau, den schauen wir uns doch mal an. Hier sieht man auch meinen Kampf direkt. Joa, ich habe Ninja Turtle direkt umgehauen. Joa, doch, weiche ich aus. Ja, sehr schön. Genau, sehr gut, sehr gut. Ein Fettspielen-Fan ist auch mit dabei. Ey, ist das ein cooler Name. Da ist ja richtig schön Münzen mittlerweile hier am Start. Ich finde das Spiel eh super gut eigentlich. Also mir gefällt es echt. Einfach auch schön durchdesigned. Ja. Sehr gut, sehr gut. Könnt ihr hier mal schauen, wie lange ich das durchgehalten habe. Nächster Held. Jawohl. Da bin ich dann auch mal draufgegangen. Dann gehen wir hier mal in Nächster Held. Ob wir diesen ganzen Kampf gewonnen haben. Machen überspringen. Und Kampf haben wir gewonnen. 860 Jahrhundert, 162 Münzen. Das ist natürlich super klasse. Wir greifen an. Epic Krieger, heute um 12 Uhr. Bestätige deine Teilnahme. Dann werde ich das doch mal direkt tun. Das kann ich bestimmt hier in den Nachrichten machen. Lass uns mal schauen. Angriff. Bitte alle anmelden. Morgen um 12 Uhr. Okay, dann schaue ich mal. Hier, Einladung. Tim, wir suchen dich. Möchtest du? Nein, leider erstmal nicht. Außer ihr sagt mir jetzt, dass ich in zwei Teams gehen kann. Das kann ich aber wahrscheinlich nicht. Heute 12 Uhr. Ähm, wie melde ich mich jetzt dafür an? Mitglieder. Jetzt schauen wir doch mal. Statistiken, ähm, Info. Nein, nein. Ach, das sind unsere Gegner. Jetzt gehen wir nochmal auf mein Team. Ähm, wir haben hier, wow. Da gibt es ja sogar hier voll die Donuts drin. Ähm, schauen mal, wie wir hier dann Erscheinungsbild ändern. Nein. Das Team greift bereits ein anderes Team an. Neuen Held ins Team einladen. Nein, bin ich jetzt automatisch mit dabei? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Erstmal machen wir überhaupt ein Sers in die Runde. Ähm, schauen hier auf die Mitglieder. Wow, das ist ja schon richtig cool hier. Ähm, Notizenbeschreibung. Nein, ich glaube, ich bin angemeldet, oder? Auf Epic heute und klicke auf, klicke um Team anzuzeigen. Ähm, jetzt lassen wir uns mal schauen. Haben wir hier Einladungen irgendwo, irgendwas? Nachrichten lesen, fett spielen Team, Mitgliedsoption, Nachrichten an Team, Nachrichten an Spieler, Mitglieder anzeigen. Nein, ich glaube, ich bin dann automatisch mit dabei, oder? Ähm, wow. Da hat jemand richtig Donuts gespendet. Äh, das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn, wenn ich hier, lass mich mal schauen, was ich hier jetzt machen kann. Ähm, okay. Okay, die Booster sind noch aktiv. Ähm, Missionen. Nein, 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 nein. Sehr schön, sehr schön. Wir können mal direkt ein Duell starten. Da schnappen wir uns hier Sami. Angreifen und gucken mal, wie mein Schläger sich, meine Frau sich hier so schlägt. Okay, alles klar. Überspringen. Ja, dann haben wir gewonnen. Sehr gut. Bekommen dafür, oh, auch hier. Ah, das bringt mir aber nicht so viel. Okay, das können wir dann verkaufen. Das machen wir ja auch direkt. Aber vorher kämpfe ich noch hier gegen ihn. Er ist auch online. Das ist dann besonders witzig, finde ich. Das sollten wir auch gewinnen. Das ist doch super. Aha, bekommen auch ein bisschen Ehre dafür. Dann, äh, gehen wir mal raus hier in den Shop. Und verkaufen mal dieses Teil hier. Das brauche ich nämlich wirklich nicht. Verkaufen. So, dann, äh, geht's hier auf Sondereinsätze. Was ist denn da eigentlich? Das kommt erst ab Stufe 25. Booster habe ich schon aktiv. Mein Team, Ranglisten. Lass uns mal in die Ranglisten gucken. Fettspielen-Team. Okay, sehr schön. Stufe 10 sind wir. Dann gehe ich nochmal auf mein Team. Äh, nur Zeitheck. Fettspielen hat sich zum Angriff heute gemeldet. Alles klar. Ich bin also mit dabei. Das ist doch sehr schön. Dann werde ich nochmal ein wenig, äh, mein Held aufpimpen, denke ich, oder? Ein bisschen hier. Kondition fehlt mir noch. Und ein paar Crits, äh, sind nie verkehrt. Das machen wir hier. So, hier. Schauen wir mal, ob ich auch hier eine Aufgabe mache. Ein Turnier? Nein. Kauf ein... Fülle deine Energie nach. Aha. Ja, das gibt drei Fähigkeitspunkte. Ist auch mal interessant. Ähm, was können wir noch machen? Äh, ein bis zwei Klingelstreicher belehrt. Lass mal gucken. Äh, schenke der Nachbarschaft ruhige Nächte. Schau, treibe zweimal halbsteige Halbwüchslinge. Okay. Ich denke, wir müssen einfach mal ein paar Missionen machen, ne? Dann werden wir auch aufsteigen. Da schauen wir doch mal direkt rein, hier in diese Zeitmission. Oh, wow, 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 wow. 18 Minuten. Lass uns mal gucken, wie viele Donuts mich... Das kostet mich vier Donuts. Das ist doch ein bisschen viel. Dann schauen wir hier mal rein. Ähm, die fünf Minuten dauert die. Die machen wir doch direkt. Und zack, erledigt. Sehr schön. Ja, das sind auch diese Jungs hier, glaube ich. Die ich einfach auch mal platt machen muss. Nein, das hat man nicht dazu gezählt. Lass uns mal hier in die Kampfmission reinschauen. Sind es diese Jungs? Gucken wir mal hier, was hier passiert. Überspringen. Den haben wir auch geschlagen. Nein. Was haben wir hier? 502 Erfahrung. Sieben. Fünf Minuten. 589. 14 Minuten. Fünf Energie. Dann machen wir doch das noch hier mit einem Donut, oder? Was sagt ihr? Überspringen. Das gewinnen wir auch. 589 Erfahrung und ein neues Level. Zwei Fähigkeitspunkte. Sehr gut. Die setzen wir auch direkt wieder hier rein. Schauen wir mal, ob wir jetzt im Secondhand Shop was Neues bekommen. Gibt es hier irgendwas, was richtig krasses? Schuhe, Anzug. Gewöhnlich, 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 gewöhnlich. Wo sehe ich denn die epischen Gegenstände überhaupt? Oh, was war das für ein Geräusch? Okay, plus 16 Kraft. Nein, nein, nein. Oh, das ist nicht so schlecht hier. Wurfwaffe aber auch gewöhnlich. Selten. Oh, das ist schon nicht schlecht hier, ne? Das könnte ich mir doch kaufen. Das ist überhaupt nicht teuer. Das kaufe ich mir auch. Das kaufe ich mir direkt. Setze es an. Habe dadurch auch eine Quest erledigt, was natürlich sehr gut ist. Verkaufen. Dann schauen wir hier noch, ob noch etwas Seltenes dabei ist. Nein, 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 nein. Hier unten. Was ist das jetzt hier? Ein Gegenstand hier drauf, um ihn zu verkaufen. Okay. Neue Waren für einen Donut? Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe einen seltenen Gegenstand gekauft und bekomme dafür wieder Erfahrung. Sehr schön. Jetzt machen wir doch mal ein paar Duelle noch, oder? Würde ich sagen. Wir schnappen uns mal hier den Besten, damit wir auch mal ordentlich auf die Kasse bekommen. Ja, von dem bekommen wir wahrscheinlich richtig auf die Kasse. Ja, das war klar. Aber wenigstens haben wir es versucht. Dann nehmen wir uns lieber hier unten diese Leute. Überspringen. Haben wir auch verloren. Das ist natürlich super. Dann nehmen wir lieber Zipfel, oder? Überspringen. Und auch verloren. Das ist episch. Jetzt. Lass mich mal voll auffüllen. Kostet acht. Diesen Spieler sofort an kann warten. Neun Minuten. Okay. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Nicht für acht Donuts. Das wären meine letzten Donuts. Das würde ich jetzt nicht machen. Wir schauen lieber mal noch, was wir noch so machen können. Wir könnten vielleicht noch ein Training an den Start bringen. Grips trainieren. Wie lange dauert das? Fünf Minuten. Aber wir brauchen immer drei. Wir können direkt zwei machen. Das ist aber dann doch zu teuer. Ich glaube, ich stecke mal lieber ein bisschen Geld in meinen Held. Das wurde mir eh gesagt. Und zwar hier über 100. Genau. Und hier müssen wir auch mal hoch. Auf jeden Fall über 80. Ja, da haben wir auch mal richtig Geld ausgegeben gerade. Ja, so ist gut. 1000 Münzen am Tag ausgegeben. Ja, danke. Zwei Donuts bekommen. Das ist doch super. Und ich würde sagen, jetzt machen wir einfach die Vierer-Quest hier. Da kenne ich jetzt gar nichts. Missionen. Wir gehen hier hin. Kampf-Mission. Nein, das ist die nicht. Es ist, glaube ich, diese Zeit-Mission. Nein, die auch nicht. Es ist diese hier. Fünfund, drei. Nein, wo ist denn? Die ist gar nicht mehr da. Ah, die ist verkürzt worden. Start. Die kostet mich drei Donuts. Lasst mich nochmal schauen. Lohnt sich die denn? 14 Energie, 14 Minuten, 1051 Erfahrung. Wie viel brauche ich zum nächsten Level ab? Da fehlt mir noch wesentlich mehr. Da mache ich doch lieber eine Kampf-Mission. Für einen Donut. Starten. Nimm 1000 Erfahrung so mit. Das ist doch wesentlich besser. Ja, überspring das mal. Gewinn das locker. Ähm, schau mal, was ich sonst noch jetzt hier kriege. Das ist doch meine. Das ist doch meine Sache. Start. Das kostet vier und das mache ich direkt. Bam. 23 Münzen. Super. Level 12. Richtig was passiert hier. Wir bekommen wieder zwei Punkte. Das ist super. Ähm, die stecken wir hier rein. Ich will überall über 100 kommen. Ich mache nicht einzelne Sachen. Ich mache mein Held grundsolide. Dann Heldentaten. Erreiche Stufe 12. Beende. Bekomme 179. Münzen. Das ist doch super. Ähm. Was können wir denn noch machen hier? 24 von 25 Missionen erledigt. Was bekomme ich denn dafür? Das sollte ich auch direkt machen, oder? Für einen Donut. Das ist doch quasi hier einen Donut ausgeben, einen bekommen. 10 Minuten. Nein, das kriege ich natürlich dafür nicht. Äh, 17 Minuten. Nein, das wird auch nichts. Hier, das vielleicht. Genau. Einen ausgeben. Einen bekommen. Hm. Überspringen. Sehr gut. Zack. Und deswegen beenden wir dieses hier. Holen uns den Donut. Das ist super. Und jetzt gucken wir mal noch, ob ich noch ein bisschen was in meinen Held stecken kann. Äh. Wo ist mein Held? Mein Held ist hier. Wir geben noch ein paar Münzen aus. Hier, 108. Damit es schön ist. Alles auf 8. 108. 100. Nee, 84. 100. Das ist schön. 100 Grips. Und, äh, bevor wir beenden, machen wir natürlich noch... die Arbeit, stellen auf 12 Stunden und beenden dieses Let's Play für heute. Ich bin Tim und ich bin raus.